Soll ich ihn jetzt umklatschen, Leute? Yo! Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video! Heute eine direkte Ankündigung. Ich werde... Dieses Video wird wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, heute auch mit zwei oder vier anderen Videos online kommen. Jetzt kommt die Ankündigung. Also, ich werde vielleicht morgen einen Livestream machen, wo ich das machen muss, was ihr schreibt. Ingen. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, Niks, ich würde nix, äh, tue deinen... Geh vom Server und geh doch mal rein, dass du wieder von vorne anfangen musst. Muss ich's machen. Habt ihr Bock? Like da lassen. Ja. Und sagt, der Juhu ist dabei. Du bist auch dabei. Hallo. Ah. Er hat auf Stundern mit Mann, die nicht war. Er hat mich nicht. Darf ja auch mal sein. So. Ihr seht, es geht recht schnell. Ich werde jetzt auch ein bisschen hier rüber, so ein bisschen reden, so. Wir werden auf jeden Fall... Ich mag ja, wir sind ja ein Team. Und da hab ich eben... Und nur so, dass ihr's wisst, ich hab eben eine Sache. Ich hab ein Ziel. Und zwar, ihr wisst, jetzt müsst ihr wissen, Doktor Juhu ist nach mir auf die Zukunft und ich gönn's ihm. Wirklich von ganzem Herzen. Gönn ich's ihm. Dass er mehr abonniert hat als ich. Ich versteh's. Er hat früher angefangen mit Schneiden. Er... Brutti... Er macht halt zur Zeit mehr Videos als ich. Und... Ja, das gönn ich ihm auch. Und jetzt muss ich gucken, ob er mich geratet... Ob er... Ja. Und ja. Hallo? Deswegen... Er hört... Wo denkt? Also wir... Wir halten gerade, er hört uns nicht. Deswegen... Ich gönn's ihm. Wo denkt? Und wenn du dieses Video hörst... Ah, das ist mir mal schon gefallen. Dann... Okay, Leute, ihr habt's gesehen. Das ist mir gefallen. Müsst dann... Geht in seine Kommentare und schreibt ihn... Herzlichen Glückwunsch zu den 40 Abonnenten von mir. Also wie gesagt, es würde in einen Livestream kommen, in dem wir hier dann weiterspielen. Ich nehm so nix. Also im Solix nimmt dann auf und dann spiel ich hier noch privat weiter. Ne, Solix. Aber ich nehme dann keine Videos mehr auf, weil es ist ziemlich anstrengend. Immer... Wir machen und dann fangen wir neu an und dann... Ja, so schad ich dann einen Livestream. Wodurch wir das dann streamen. Das hast du gut gebrüllt. Ich hab gehört, du bist wieder da. Ich hab' verdammt Magier. Ja, ich hab' hinten schon ein Lightning-Magier. Der macht ihr das dann zu blitzbaren. Mehr zu Feuer, sondern zu blitzbaren. Zeig mal. Da kommt auch ne Malzweilproduktion. Und ihr könnt auch gerne mit auf den Server schauen. Ihr könnt dann im Leibstum gerne zu uns kommen. So den ich ja freuen. Ähm... Mir fällt grad an, dass die Mitte hier drüber ist. Nur mal so ne Frage. Ja... Wo ist eigentlich unsere Upgrade? Wo ist was? Zum Upgraden. Jürtel, ich hab' nicht verstanden, was du gesagt hast. Wo ist das zum Upgraden? Was zum Upgraden? Ja, wir hatten ja letztes Mal so aus Clash of Clans die Münzenlager. Wo ist das? Das müssen wir wahrscheinlich wieder bauen oder so. Ja, aber es war ja letztes Mal war es ja free. Ja... Nee, ich muss mir glaub' ich... Ja, das mussten wir auch kaufen. Nein, das war free. Hm, ich musste das bauen. Was ist das denn? Was war das? Ich muss schnell gucken, wie die Leistung gerade sind. Ähm... Oh, dann schau mal, wie es reicht. Die 150.000 gerne. Und kaufen und davon nichts. Okay, okay, okay. Ich seh schon. Ich seh schon. Wie... Mein Computer ist von den Linken der Leistungen auf 100%. Das hört man glaub' ich die ganze Zeit im... Ähm... Ähm... Dieser Wind, den man da hört, ist mein Computer. die Leib couples sind, die Hüge der Welt. also bin ich, die Böge der rocks